fahr'n brumm brumm Bei Ramda What? Fahr'n mit Johan Alter steckt mir nicht... Oh lol hi was geht? Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 1 Battlefield 1 Mit Tosni, Nuaren, Fluka und mich Und der Tosni, Alter Und mich Tosni, bleiben wir stehen Häh? Häh? E wird eingenommen, Freunde Die nehmen B eingenommen Und läuft wie sie einfach gewacknet hast Also viel zu hart gut funktioniert, dass wir im Spot auch unterwegs sind Ja, na du, wir haben ja in der Zeit A eingenommen Von daher ist es halt easy Ja, nee, 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 Freunde Wir müssen hier schon so So Alter, dieses Spiel, das fickt mir einfach so... Das sieht ja noch besser aus, als in der Alpha, ey Eine Mua sieht auch noch besser aus, als in der Alpha, ey Ja, wirst du mal mit Panzer nicht liegen, ey Dann wirst du richtig viel sehen So, Ramla, wir rushen zu D Jetzt haben wir das Haus für uns kaputt Jetzt markiert immer noch Q, ich weiß es gar nicht Weiß ich nicht Der markiert ist nicht mehr Q Ich markiere Also D, D haben wir schon, da brauchen wir schon Ich bin der Führer, ja Ey, warte, 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 warte Wimps, dreh um, ich bin Hilfe, Hilfe hinter dir Hilfe, 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 Hilfe Ich bin Hilfe hinter dir Ich bin Hilfe hinter dir Alles klar Hi Bring drauf, Ramla Ui, yo, die Animation Zack, 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 zack Ach so, ich hab mich schon gewundert Du siehst du dich nicht viel, oder? Ja, boah, ein Pferd Ja, ich sehe auch fast nichts Ja, ich weiß, ich bin auch schon die Fahrt Ab zu G, ab zu G, Freunde Hey, kann man auch raus an sich gehen? Bei Wüns Oh Leute, vor uns ist ein Panzer Drupp, drupp Hä, wo, ich seh den nicht? Ihr steht... Ihr steht falsch Äh, ich kann sie mich reparieren Ich kann nicht mehr schießen Der ist hinter uns Wollen wir uns aussteigen, aussteigen, aussteigen Aussteigen, aussteigen Nicht einsteigen, nicht wieder einsteigen Ohhhh, der Panzer hat mich gepickt, ey Oh, meine Panzer Oh, Leute Wir sind auf Squatch, hat man gemerkt Wir haben einen ganzen Punkt eingenommen, du fuck Du fuck, du fuck, Junge So, ab bei B, Spawn jetzt So, als Squatch lauf mir jetzt los, Freunde Who are you? Oh, hier kommen jetzt gleich ein neues Fahrzeug Wieso denn schon wieder ein Panzer? Wo, wo spawnen? Ne, bei mir am Fahrzeug, die Leute Ich hab zwei Plätze noch frei Ich bin bei B Ja, ich seh Ja, ich bin bei C gespawn Oh geil, ich bin oben Ich komme zu C Aua Ich komme zu C gefahren Ui, jo Alter, Junge, du bist... Du bist der Typ mit dem Führerschein, ne? Jo, und zack, in ne Mauer So muss dat E ist unser Ziel, Leute E E? Ja, E Da ist E Da ist E Der Führer Hier ist alles eingenommen Wo willst du sonst hin? Ficker Hör mal, Wilms Bist du ja ich... Bist du ja ich Atatürk? Ne, du bist der Führer von uns Das sind die Türken Warte, Cody, 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 Cody Die Bremse Wo bist du? Hinter mir Ich da, Leute, gleich da Wie geil du wackelst, ey Oh, Leute, wir haben beschossen Wir haben beschossen Go, go, go Aua Ich bin tot Wow Wird rausgenudelt Komm, komm in die Waffe Schmeck sie Schmeck die Waffe, du wickst ab Aua, ich bin angeschossen Aua Ich auch Wir müssen über Berg, wir müssen über Berg, Freunde Ja, hui Ich kann nicht bei euch einsteigen, Fug Alter Jo, Alter, was geht hier ab, ey Direkt drauf, direkt drauf Direkt drauf Rausspringen, Rausspringen, Action Fahr die, fahr die Ich bin raus, wo fahr die weiter Ich räume noch Wohin ist hin Ich hab das dicke im G, Junge Ich hab das dicke im G Ich glaub zu E, ich glaub zu E Ich bin bei E Aber eigentlich war das wichtiger, wenn ihr hier seid, weil jetzt wird schon wieder D geklaut Egal, wir kommen gleich zurück, wir machen jetzt mit E Jo, wir nehmen gleich mit E zurück Ja, Torsten, ich bin sowieso im Gegenteil Ja, ich hab das dicke Ja, als ob du mich vom Pferd aus runter... Ey, Leute, wir haben uns gegenseitig getötet, so ein Hurensohn Alter, yo, Alter Er hat mich mit dem Pferd getötet, der Sack Oh, Alter Junge Von links in dem Haus ist auch einer drinnen Alter, hinter uns ist auch einer, hinter uns ist Ich bin vielleicht falsch gespawnt Ich kann nicht schießen, warum kann ich nicht schießen? Nein, oh fuck, ich bin alle anderen Leute mitgespawnt Hi Torsten Oh, ich bin falsch gespawnt, Leute Achtung, hier kommen überall Schüsse Ich spawne hier mal, wenn ihr auch mal das ist Hat der Krieg so an sich glaub' Ich spawne mal bei Torsten AP Ja, mach' mal Gut Wer ist links hier? Oh, nice Das ist Rammler Die ist Rammler wieder D D, Leute, D, Leute, ab zu D Wir haben kein Fahrzeug, Leute Einfach über die freie Wüste Wir schaffen das Mit 17 Frames, easy Im Dorf sind welche Im Dorf in der Mitte Ja, ja Ich seh' die Schnalle Rechts, rechts im Haus Ich seh' die Schnalle Rechts beim Rundzug Hast du gesagt, ich seh' die Schnalle Alter Hab' ich auch gesagt Koti, deine Tasche ist grad hin und her gebuckt Ich seh' die Schnalle, Alter Das ist da sehr interessant aus Ne, der läuft in die Stadt rein, links Genau Alter, wie ich die alle nicht treffe hier Ja, also ich treffe, aber ich töte die nicht Erstmal ab zu D Lass ihn, lass ihn ein bisschen im Auge halten Und einfach zu D rennen Jetzt, da steht einer Hitter, wozu Tod Einnehmen, einnehmen, einnehmen Kann man Ach so, kann man Alles gut Ey, you have been promoted Geil, der will vier Ey, jetzt muss ich ihn nachladen Was? Boah Oh, da sinds da Ah, ich hab' die Kommentare hier Ds eingenommen Ich werde umgeschossen Hitter, äh, Hitter Über die freie Wüste kommen Die Richtung D Was? Freie Wüste? Ja, also nicht vom Dorf aus Da ist ein Panzer Oh, Danny kommt Da ist ein, da ist ein Panzer Danny kommt grad hierhergefallen Loll Ah Dudley Dansen Danny ist, dann Danny ist bei ihm Der ist wahrscheinlich nachgejoint Was? Von hinten die Schuhe gemessert? Ne, deutlich Hey, Loll, was hat's denn jetzt? Alter, die waschen uns hier Ah ja, ich hab' Ich stehe 0,3, ey Da ist noch ein, noch ein anderer Panzer Da steht, der liegt da Da ist noch einer Oh cool, den kennen wir Oh cool, den kennen wir Könnt ihr leider nicht rechtzeitig töten Weil Danny genau in meinen Schiss reingefahren ist Guck mal Danny Danny ist nicht mal wirklich da Und ist einfach voll nutzlos Direkt in dem Haus, oder? Oh, wie wusst ich das, ey? Und alle sind sie im Gegner-Team Und der einzige Ja, bei euch im Gegner-Team Ja, Noah Warum ist der Noah Der ist schon wieder Der ist schon wieder Das kann nicht wahr sein! Das muss ein Zeichen sein, ja Ich sterb einfach die ganze Zeit, ey Erstmal Richtung C, oder wat? Oh fuck, in dem Haus ist einer drin Was? Hast du den tot? Ne, noch nicht Da ist einer bei D hinter den Hügeln Oh, das kann nicht sein, ey Ja, ich bin gestorben, leider Du bist kein Medic, oder? Ne, ich bin Rassist Ich hab das mal nie Was, Rassist? Bist du? Wir haben übrigens Wir haben übrigens Wir haben übrigens Keinen Medic im Team Ach, Squad- Im Squad-Medic? Ne, brauchen wir nicht Wir brauchen keinen Medic, Alter Alter, die Rucksäcke Wird hin und her buggen, ey Dann würd sagen wir eben C, oder? Ich wurde angesniped Oh, yo Du von der Rede auf dem Spiel ist, ne? Alter, die sind auf jeden Fall sniper, passt auf Bleibt auf jeden Fall immer eine Leckung Guck, die waren ein Blöppchen, du hast doch keinen nehmen Jo, stimmt Danke Hurra, tschi, 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 tschi Hurra, ju Hurra, ju Hurra, ju Türke Da rechts auf dem gelben Haus glaub ich Der einer drauf Wird sagen, der kommt einer raus, kommt einer raus Wo? Aus dem gelben Haus Nehmt die auch, rechts, links Ah Unter, hinter uns Da hat grad da das Fenster aufgemacht Hinter uns, hinter uns Ich bin tot, leider Alter Seelenbinder 1, ey Ich hab grad gedacht, das wäre Lenny, ey Doktor, Doktor Pedowicz hab mich getötet Oben auf der Was für'n Ding hat dich getötet? Doktor Pedowicz Pedowicz? Alles klar Wollte ich's brauchen bei dem, ey? Ach komm, als ob Wie schnell der mich getötet Fuck Ich brauch unbedingt auch mal die neuen Waffen, ey Ich bin tot Ja, jetzt brauch ich mal Maramler Waffen brauch ich auch immer Lass Auto fahren Ich will fahren, ich will fahren, ich will fahren Wiii, ah, ich wurscht immer mal ne 90er Jahre Car fahren Brumm brumm Wurrm 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 Fahr mit, Jörg Alter, steckt mir nicht die Waffe Oh lol, hi, was geht? Hier, guck mal Rafa Hihihi Hihihi Ich kotze hier nur noch Ich kotze hier nur noch Aussteigen bitte Hihihi Na Gut Ich bin jetzt, ich bin Medic Ja, was vorrücken Wir gegen F, oder was? Ramler Sniper, oder was? Jawohl Ich bin Snipes Ja F, 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 F Das Schöne ist, da ich schon gegen das Team bin, weiß ich dann immer genau, wo er hingeht Ach, halt deine Schnauze Fotze Cheetah Fick dich, du Fotzensohn, ey Ghostar Sieht ja bestimmt durch den Ghostar Heck, Heck Da oben sind sie auf dem Felsen, alle mit Sniper Klar Ich weiß es auch nicht. Da war grad ein Kamikaze-Flieger, das Panzer in der Stadt. Kamikaze? Wieso haben wir eigentlich Arsch? Oh, der Panzer steht aber noch, der war noch. Ja, egal, wir sind jetzt bei F-Ball schon. Also ich mach mal Arsch, ne. Also, schneide ist wahrscheinlich relativ. Ja, schnell, schnell, langsam. Ach, schade, ist nicht mehr gestorben. Mann, Alter, wo sind denn meine beiden Bitches, die mitlaufen? Ja, wir waren schon wieder getrennt, ey. Ja, weiß ich nicht. Ich zeig F an und alle laufen woanders hin. Ja, ich bin richtig, ja. Ja, alle laufen jetzt ja A. Warum? Ich bin bei dir. Hast du Money? Hast du Money? Ich hab alles. Ich hab halt F ein, mir aber egal. Aua. Okay, den haben wir erstmal. Ja, wir wollten erstmal A sichern und jetzt gehen wir zur Elfer laufen. Nee, B, 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 B. Wir verlieren B. Ja, wo fährt der hin, Mann? Ist der komplett behindert oder was? Ja, der scheiß Panzer in der Stadt ist immer noch. Der fährt hier immer noch rum. Aber die Stadt... Wow, jetzt seid ihr bei mir im Team. Hä? Hä? Bei mir? Ja. Hier ist ein Reiter zu sehen, ne? Oh. Ja, nice. We have lost objective butter. Wow. Ich hab wieder... Ich hab wieder ein Fahrzeug. Alles klar. Ich hab gerade ein Pferd in den Arsch geschossen. Aus 180 Metern. Warum auch immer? Hier, hier. Hä? Ich wurde gemessert. Nein, warum? Warum wirst du denn nicht als Freund angezeigt? Wurde... Eine Ahnung. Tötet. Mann. Ich will nicht in meinen Fahrzeugen joinen, Alter. Ja, also bei B ist ein Fahrzeug. Ich hab einfach immer noch keinen Kill. Ich stehe 08. Jo, B ist ein genauer. Du stehst 08. Ja! Seht er mich nicht. Ja, aber so stand ich am Anfang auch. Bei B im Haus steht... Ist einer natürlich im Krieg drin, ne? Okay. Bei D... Bei D liegt einer aufgrund. Hä, lol. Haben wir gerade... Hä, ich wurde... Achso, ich wurde rausgerutscht. Bei B im Haus... Wie gesagt, ist einer drin, ne? Jo. Muss man mehr diese Fallenbomben legen, weil... Wo ist denn... Von wo denn jetzt schon wieder? Haben wir mal den Supporter raus, hier. Jo, was ist denn der Erd für ein Ding, ey? Nee, Leute, nee. Danke, Danny. Support haben wir schon. Boah, ey. Alter, mal stehen, du Vollfoss. Du Vollfoss, Junge. Hä? Boah, du Vollfoss, Junge. Waschenspringer, waschenspringer. Warum läuft der denn weg? Wer denn? Ja, dieser Panzer, Alter. Ich steig kurz aus, damit ich nicht mehr killen kann. Der Panzer läuft weg, Alter. Der Panzer läuft weg, Alter. Ja, er läuft weg. Alles laut. Ach, komm, Alter. Hat deine Schnauze alle. Die Panzer sind wirklich schlimm, wenn die jemanden laufen, ey. Ja, bist ja witzig, oder? Natürlich. Das kann nicht wahr sein. Aber ich hab 15 FPS gerade, lol. Oben ist einer im Haus drinne. Jo, kill. Ach, komm, ey. Ist nicht ernst. Oh, der Scout, Alter. Alter, kommt, Alter. Ja. Bei D, bei D steht er noch. Direkt an der Flagge steht weiter links. Ich steh zwischen 8 Leuten. Und auch mich schießt er. Klar. Ist doch logisch, oder? Selbstverständlich. Er sieht einfach, dass ich der Beste bin im Spiel hier. Ne. Warum nehmen wir eigentlich nicht D ein? Ob ich schon 80 Mal blockiert hab? Ja, ich versuch's ja die ganze Zeit bei B, aber D ist ewig gut besucht, Alter. Richtig anstrengend. Ich hab einen getötet bei D, aber es sind so viele bei D. Das ist richtig anstrengend. Alter, müssen wir zusammen reden bei D. Da mal ein bisschen aufrollen. Ja. Ja, aber unser Team ist halt einfach gay. Ja, das ist echt. Das ist halt echt so. Also ich mein, Tost nicht und so. Da ist jemand, ist hier bei A oder was? Ja, weißt du, alle gehen zu D. Das ist bei A. Ja. Ja, wenn ich hier grad gespawnt bin, Mann. Alter, da kommt so ein riesen Panzer. Ich nehm die noch M ein. Was auch immer das sein mag, Alter. Ein riesen Panzer zu. Wow. Bei D sind zwei Leute noch. Einen hab ich mir geführt. Ja, ich bin bei D gerade auch. Ich bin auch bei D. Ja, bei D die sind zwei Leute noch. Die kommen über die drei Wüste, Alter. Und hier sitzt du und der ist dieser riesen Zug. Der macht die Bescheid. Joa, der ist dieser komische Zug, der auf die Tür steht. Achtung, hier ist einer hinterm Felsen. Hinterm Felsen. Hinterm Felsen. Also auf den Arme wird Trainer fassen, Alter. Der macht richtig Bums. Richtig Bums macht der. Oh, da haben da gerade, was? Der Bums. Ja, genau, der ist er. Der hat mich richtig weggebumst. Was ist das denn für ein Ding, ey? Ich bin bei, ich bin bei dir, Wimms. Der haben die. Alter, hier ist Giftgas. Ich kriege immer so eine Fall beim Zug. Oh, no. Wann wird das denn jetzt? Ach, der Zug hat mich weggebumst. Ja, wie will man den, wie will man den wirklich in den Zug holen? Ja, das ist wahrscheinlich ein Killstreak, der Zug. Ne, das ist kein Killstreak, das ist kein COD. Da ist der Fall, den spiel ich überhaupt nicht. Ah! Ah, scheiße. Ja, ich bin schon wieder mit der Schaufel weggebumst, wurde ich, ey. Lol. Ja, aber ansonsten, warum, warum hat immer der Feind der Zug? Das ist voll unfair. Weil der, der hinten ist. Weil sie Engländer sind, hallo? Wo? Nein, nein. Der hinten ist. Damit er nochmal aufholt werden. So ist es nicht so gehört. Ob das stimmt? Ich glaube nicht, dass wir D wirklich kriegen, war. Dann lass mal zu S, äh, zu C gehen. Äh, wo seid denn ihr auch? Zu C, ja, ne? Ja, C. Hi. Oh, ich wurde ungeklatscht. Weil an D ist gerade der Zug. Wurde ungeklatscht. Du kannst dich komplett vergessen. Da ist kein Durchkommen. Spielt ihr eigentlich maximale Grafikanstellungen? Nicht. Keinen Fall. Keinen Fall. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich einstelle. Ich habe, ich habe, du kannst ja einstellen einfach, aah, dass du, oh, Cack. Ach, nein, 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 nein. Oh, das, ein Panzer steht auf, okay. Äh, ein Panzer steht auf C. Alter, hier brischt alles zusammen gerade. Alter, bei D ist richtig Action. Ja, bei D ist richtig Action, ja. Aber wir lassen gerade übelts nach, Alter. Ich bin natürlich am weitesten weg gespawnt von allem, ey. Ja, aber die ganze Zeit ist auf D. Ich bin bei A gespawnt. Was? Wieso spawnst du denn bei A? Weil ich mich verklickt habe. Also C war gerade eingenommen, soweit ich das sehe. Ja, ich bin unterwegs. Ich war bei 190m. Ich bin... Bei D steht ja immer noch nicht zu hoch. Aber da ist kein Durchkommen. Ja, ich will gerade in die Einstellung gehen, hier. Options. Boah. Ich habe im Menü 15 FPS. Lull. Ja, dann schau mal die Einstellung runter. Da bin ich gerade dabei. Alter, hier ist irgendwie eine riesen Raubolke in der City. Was noch was ist? Hier ist die City. Also es wird gerade dunkel auch, ne? Regnet es gar nicht? Ja, irgendwie so. Oder der Sandstamm kommt wieder. Ich bin bei euch, Wilms. Okay, okay. Ich wollte sagen, eigentlich würde ich ganz gerne D einnehmen. Oh, hier kommen Bomben gerade. Kann nicht wahr sein, Alter. Also hier D und E... Alter, das dynamische Wetter, ne? Die ganze Ecke wird bei den Scheißplänen eingenommen. Ich bin ab nächstes Pferd und versuch mal da, ob ich irgendwie was... Mir ist wieder D markiert, aber ich denke ich... Ich weiß nicht, ob wir D... Ja, D können wir nicht... Komm, steig ein. Ich will immer noch den Scheißzug, Alter. Neben dir. Deswegen ist komplett D und E und alles da eingenommen. Wollen wir einen F nehmen, oder was? Da muss ich erstmal hinlaufen. Ja, ich... Ja, Richtung F. Ich reite jetzt Richtung F. Richtung F? Alles klar. Wollte ja was reisen? Ja, weil wir... Ja, verlos. Als ob hier einer so ein Pferd eingeparkt hat, muss man... Ja, warte. Ja, warte. Warte, 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 warte. Der kann auch... Der ist einfach... Ich bin jetzt bei dem Pferd, bei EF. Kann man eigentlich irgendwie die Ausnahsicht wechseln bei dem Auto? Geht doch, ja, geht doch. Aus der City, in Richtung EF kommt einer. Also ich bin in einem kleinen Haus, am Rand der Stadt. Aber du fährst eigentlich in dem Zug vorbei, by the way, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh, das wäre dann einmal vorbeigefahren, Tosti. Jo. Jetzt Ramla, bei ihm haben wir auch weg. Och, Mann, Alter. Schön überfahren, Ramla. Schön überfahren. Boah, Ramla, du fährst aber auch wie so ein blieben Mädchen, ey. Da ist Danny. Hä, ich musste hier hin, alles richtig gemacht. Was? Du musst da nicht hin, du bist bei C. Sag mir doch Bescheid, was du aussteigst. Achso. Ramla, du bist bei C. Bist du falsch. Ja gut, dann sag das doch. Richtig falsch gefahren, ey. Deswegen bin ich ausgestiegen. Ja, was drückst du denn eigentlich immer, bis du im Sprachstift bist? Ich? Keine Ahnung, was Ramla macht. Ja. Da ist Wilms. Da ist Wilms. Da ist Wilms. Bei F. Ich bin bei F, ich hab hier gut aufgerollt schon. Die sitzt oben drauf, oben drauf, auf dem Berg sind Sniper, ja. Aber F hast auch eine Chance, der ganze Berg ist voller Sniper. Ja. Ja, dann werden wir mal die Sniper ausschnipern. Alter, geil, ich hab Pferd. Ich hab 51% gegeben. Oh, Leute, ihr seid alle tot, wa? Jo. Wo seid ihr das? Ich kann aber nicht fahren. Was fahren bei dir? Kann nicht mal Ding ins Kräne, ey. Okay, danke. Ohja, du hast ja richtig gute Deckung hier. Ja, ich hab überhaupt keine Deckung leider. Ja, ja. Ich kann nicht mal rausgehen aus der Ecke da. Weil überall Sniper sind die, ja. F ist nicht einmehbar. F ist genauso frei. Boah. Alter, da ist richtig eckig bei F. Dann dropp die FPS, Junge. Da muss ich mal vergessen. Dann kommt da einer raus. Ich hab Flugzeug, Leute. Ich versuch mal da oben, ein bisschen die Dinger dazu. Räumen. Hab ne. Aber meine Munition ist total lauer bei. Ich bin zurückgepackt. Victory. Geil, easy win. Das war keine gute Runde. Ne, echt nicht. Wir müssen mehr zusammenarbeiten auf jeden Fall. Wir müssen mehr zusammenarbeiten. Alle laufen einzeln. Was ich mit Cody versuche mich zu verständigen und alle anderen laufen woanders hin. Ja, ich war hinter dir. Ey. Ich hab mitgeholfen. Nein, nein, nein. Äh, äh, äh. Ne? Ich war immer beim anderen Punkt als wir. Ja, das ist nicht so. Wir gehen zu D, wir sind zu D. Ich bin ja noch bei A. Ja, weil ich da gespawnt bin vorher. Alter, wie viel Level man auf einmal kriegt, ey. Echt? Ich seh nichts mal. Ich seh nichts mal. Du bist Level 5 schon. Bei mir ist nichts. Ja, wenn du die Links durchguckst. Hör mal an, Leute. Ich bin nicht in Level 5, Alter. Geil, ey. Wie machen wir das? Machen wir jetzt neue? Also, hören wir jetzt auf? Und machen wir eine neue an? Ja, würde ich sagen. Einfach einen Cut. Jawohl. Einfach einen Cut. Also, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir sind uns beim nächsten Mal. Hau da rein. Bis dann. Tschüss.